Achtung, Achtung, alle Fitness-Fanatiker! Auch wenn es nicht euer erstes Mal im Fitnessstudio ist, macht ihr vielleicht dennoch einige Übungsfehler, die von unschuldigen Pannen, die deine Anstrengung zunichte machen können, bis hin zu gefährlicheren, ernsthafteren Verletzungen reichen können. Guck doch mal kurz weiter. Wenn du deine Ellenbogen bei der Brustpresse zu nah beieinander hast, verlagerst du die Spannung von deiner Brust auf die Vorderseite deiner Schultern und den Trizeps. Kein Wunder, dass sich deine Brust auch nach einem langen Training nicht anders anfühlt. Vermeide es, auf dem Laufband zu laufen, während du dich an den Handläufen festhältst. Dies ist nicht nur unwirksam, sondern beeinträchtigt auch deine Körperhaltung. Wenn du Probleme hast, die Handläufe loszulassen, könnte es auch sein, dass deine Geschwindigkeit zu hoch ist. Beginne mit einer langsameren Geschwindigkeit und arbeite dich in einem sicheren Tempo nach oben. Auch eine schlechte Idee ist es, die 8% Steigung auf dem Laufband zu überschreiten. Ja, es erschwert schon das Laufen, aber es belastet auch gleichzeitig Knöchel, Rücken und Hüften unnötig. Wenn du den Trizeps-Kabelzug durchführst, stecken manche Menschen ihre Ellbogen nicht ganz durch. Das ist der Grund, warum sie ihre Latissimusmuskeln anspannen und die Übung dann für den Trizeps nicht so effektiv ist. Ein weiterer Fehler, den du vermeiden solltest, besteht darin, deinen Körper aufrechtzuhalten. Auf diese Weise erhältst du nicht den vollen Bewegungsumfang. Bück dich ein wenig nach vorne, das hilft den Bizeps zu trainieren. Die Benutzung eines Heimtrainers hat auch einige knifflige Punkte und der Hauptpunkt ist eine schlechte Positionierung. Wenn die Pedale falsch eingestellt sind, kann dies zu einer Belastung des Oberschenkels, des Knies oder der Hüfte führen. Wenn sich die Pedale am tiefsten Punkt befinden, sollte dein Bein gestreckt sein und eine leichte Kniebeugung aufweisen. Eine falsche Position des Lenkers kann auch Schmerzen im unteren Rückenbereich verursachen. Lass den Lenker etwas tiefer als den Sattel, damit du die Arme ausstreckst, wenn du dich an ihm festhältst. Wenn du feststellst, dass deine Knie bei jedem Ausfallschritt den Boden berühren, läuft definitiv etwas schief. Es ist in Ordnung, wenn es ein- oder zweimal vorkommt. Aber andernfalls wird die Spannung von deinen Beinen genommen und deine ganze Anstrengung wird verschwendet. Im schlimmsten Fall kannst du dir auch das Knie verletzen. Statisches Dehnen, also wenn du ungefähr 30 Sekunden lang eine herausfordernde Position einnimmst, bevor du mit dem Training anfängst, bringt nichts. Diese Übung verlangsamt deine Herzfrequenz und reduziert Muskelkater. Statisches Dehnen ist perfekt für nach dem Training. Wärme dich vor dem Training lieber mit einem dynamischen Dehnen auf, zum Beispiel mit Ausfallschritten. Das Schlimmste, was du bei Klimmzügen tun kannst, ist, deinen Körper zu schwingen, um einen Schwung zu gewinnen und deinen Körper rumschwingen zu lassen, indem du Beine und Rumpf nicht anspannst und somit deine Bewegungsfreiheit einschränkst. Das passiert, wenn du dich nicht hoch genug ziehst und deinen Körper nicht tief genug wieder runterlässt. Diese Fehler machen all deine Bemühungen unwirksam. Der häufigste Fehler beim Stirndrücken ist, die Übung überhaupt zu machen. Nee, er ist, die Langhantelstange hinter den Kopf zu führen. Deine Ellbogen und Schultern sollten sich nicht bewegen und die Stange sollte direkt über deiner Stirn anhalten. Daher der Name der Übung. Wenn du die Schultern schwingst oder die Ellbogen spreizt, wird der Trizeps entlastet, wodurch der gesamte Zweck zunichte gemacht wird. Und beugt dein Rücken nicht zu stark. Er sollte in seiner neutralen Position bleiben. Wenn du ruderst, solltest du keinen Druck auf deine Arme ausüben. Dies führt dazu, dass dein Oberkörper überlastet wird, was wahrscheinlich zu Schulter- und Rückenverletzungen führt. Denk daran, dass mehr als die Hälfte deiner Kraft darauf zurückzuführen ist, dass du mit den Beinen gegen die Fußstütze drückst. Der Rest sollte zwischen deinen Armen und deinem Kern aufgeteilt werden. Wenn du beim Dippen auf Barren zu tief gehst, übst du zu viel Druck auf deine Schultern aus und das kann zu Muskelschäden führen. Versuch, nicht tiefer zu gehen, als wenn deine Oberarme parallel zum Boden sind. Und beug dich ein wenig vor, damit deine Brust weiter herausragt als deine Hüften. Wenn du beim Lattziehen zu viel nach hinten schwingst, besteht die Gefahr einer Rückenverletzung. Stell sicher, dass du unter der Stange stehst. Das macht es dir fast unmöglich zu schwingen. Zieh die Stange nicht zu weit nach unten, da dies die Übung zu einer ineffektiven Zeitverschwendung macht. Zieh die Stange stattdessen nach unten, sodass sie deine obere Brust oder nur dein Kinn berührt. Und noch was. Halt deine Ellbogen nicht zu nah beieinander. Wenn du Fliegende am Kabelzug machst, bring deine Arme nicht zu weit nach hinten. Dies kann zu einer Schulterverletzung führen. Du solltest auch deine Ellenbogen während dieser Übung nicht ausgestreckt lassen. Ansonsten belastest du deine Ellenbogen und deine Brustmuskeln fast nicht. Es mag lächerlich und ein bisschen offensichtlich klingen, aber einige Sportler verletzen sich schwer, wenn sie vom Laufband springen, während es sich noch in Bewegung befindet. Warte bis zum völligen Stillstand und trete erst dann auf festen Untergrund. Dann kannst du umfallen. Hast du schon mal lustige Situationen im Fitnessstudio erlebt? Schreib's auf jeden Fall unten in die Kommis rein. Aber wir sind noch nicht fertig hier. Es gibt noch mehr Tipps. Schau also weiter. Einer der schlimmsten Fehler, die du bei Kniebeugen machen kannst, ist das Einknicken deiner Knie. Dadurch wird die gesamte Übung ihrer Wirksamkeit beraubt und du kannst keine Muskeln aufbauen. Was aber noch schlimmer ist, es kann zu einer schweren Knieverletzung führen. Gib dein Bestes, um deine Hüften, Knöchel und Knie unbeweglich zu halten und achte darauf, dass deine Beine parallel zueinander stehen. Das Heben von Gewichten ist genau die Übung, bei der du äußerst vorsichtig sein solltest. Denn wenn du auch nur die kleinste Bewegung falsch machst, kann das zu großen Problemen mit deinem Rücken führen. Zum Beispiel beugen zu viele Sportler ihre Wirbelsäule beim Langhantelrudern. Während dieser Übung musst du deinen Rücken aber flach halten und deine Schultern ein wenig nach hinten und unten bewegen. Ausfallschritte sind eine perfekte und einfache Möglichkeit, um deine Gesäßmuskeln und Quadrizeps zu trainieren. Und dennoch lassen viele Anfänger, und nicht nur die, regelmäßig ihr vorderes Knie einknicken oder beugen ihren Oberkörper nach vorne und verlagern ihr Gewicht auf diesen vorderen Fuß. Langfristig kann eine solche Technik zu einer Beinverletzung führen. Das Wichtigste bei dieser Übung ist, den Rücken gerade zu halten und das Gleichgewicht zu halten. Stell außerdem sicher, dass dein Ausfallschritt nicht zu klein ist. Wenn du deine Füße zu nah zueinander stellst, bilden sie ein Dreieck und du benötigst aber ein Quadrat. Auf den ersten Blick scheinen Sit-Ups eine einfache Übung zu sein. Eine falsche Vorhergehensweise kann jeder zu ernsthaften Problemen mit Rücken und Nacken führen. Schieb deinen Kopf niemals mit zu viel Kraft nach vorne, besonders nicht mit den Händen. Versuch deinen unteren Rücken nicht abzurunden. Versuch dich langsam zu bewegen, sonst wirst du dich wahrscheinlich nur hin und her bewegen. Wenn du diese Fehler einmal machst, werden sie nicht gravierenden Schaden anrichten, aber wenn du sie regelmäßig wiederholst, wird dies dauerhaft Schaden verursachen. Vermeide bei jeder Übung zu viel Druck auf deine Schultern auszuüben. Sie können viel Stress aushalten und verfügen über ein breites Bewegungsspektrum, sind jedoch nicht immun gegen Belastungen und schwere Verletzungen. Und schließlich, ignoriere niemals eine Verletzung. Das ist das Schlimmste, was du deinem Körper antun kannst. Ich weiß, wie schwierig es sein kann, ein Training auszulassen, wenn du eine Trainingsroutine festgelegt hast, aber wenn du dem Schmerz keine Beachtung schenkst, wirst du viele Schwierigkeiten bekommen. Wenn du deine Verletzung nicht behandelst, wirst du wieder dasselbe Problem haben, aber das nächste Mal wird es viel schlimmer sein. Sei stolz, dass du die Motivation und Disziplin hast, um zu trainieren, aber bleib auf der sicheren Seite. Und bleib auf der Sonnenseite. Wenn du etwas Neues gelernt hast, dann gib dem Video gerne ein Gefällt mir und schick es einem Freund. Hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir bestimmt gefallen werden. Klick einfach links oder rechts und bleib bei uns auf der Sonnenseite. Wir sehen uns da.